Herzlich willkommen zum 178. Teil zum Bau meiner Lego-Stadt. Wir bauen heute natürlich an unserem Dorf weiter. Das hattet ihr euch ja so in den Kommentaren gewünscht. Als allererste steht heute an, dass wir die Kirche mal einbauen. Das Ganze kommt angehoben auf einen Hügel hin. Ich werde schauen, dass es nicht Baseplate-übergreifend ist, sondern dass wir das wirklich auf einer einzigen Baseplate hier fixiert haben. Dementsprechend werde ich schauen, dass die Hügel zwar zusammenpassen optisch, aber jeweils getrennt sind auf den Baseplates. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass die Kirche dann abnehmbar ist. Wir haben ja von unten hier die ganze Verkabelung noch drin von dem alten Setup. Da werde ich auch nicht allzu viel dran ändern, damit das Ding dann beleuchtet irgendwann ist. Beziehungsweise beleuchtet ist es ja, es muss nur angeschlossen werden. Dementsprechend erreichbar muss das Ganze von unten sein und auch abnehmbar, falls man mal irgendwelche Verbesserungen machen möchte. Das heißt, wir werden den Hügel so vorbereiten, dass das Ganze auf Flat-Tiles abschließt, dass man es leicht anheben kann und bearbeiten kann. Jetzt als erstes werde ich mal die Grundfläche der Kirche abstecken, so dass wir wissen, wo wir die Flat-Tiles hinbauen müssen, wo die Umrandung hinkommt. Und bis dahin wird dann der Hügel gebaut. Ganz kurz vielleicht noch, dann geht es auch schon los. Ich habe mir jetzt hier die Grundform der Kirche abgesteckt. Das ist jetzt der Außenriss von dem Hügel. Und von dem ausgehend, wenn wir das jetzt hier raufbauen, dann einfach schauen, dass hier eine Fläche ist, wo wir dann die Kirche draufbauen können. Ich habe es mir hier oben natürlich wieder mal gemütlich gemacht. Die Häuser stehen wieder alle kreuz und kreuz, sind beiseite geschoben. Das ist jetzt hier natürlich der Vorteil. Solange wir noch nichts eingebaut haben, kann ich mich hier gut breit machen. Das sind jetzt die Teile, die ich für den Canyon bestellt hatte eigentlich. Aber ich glaube, das ist viel zu viel normales Ten. Da muss vor allem Dark Ten rein für die Westernwelt drüben. Das heißt, da werde ich jetzt einiges von zum Stabilisieren verwenden, weil die auch recht günstig waren. Und ansonsten haben wir hier noch die restlichen Vorräte an grünen Steinen. Ich meine, das wird jetzt langsam weniger, definitiv. Aber das sollte ohne weiteres noch reichen. Also, wir fangen mal an zu bauen. Und dann sehen wir uns gleich wieder hoffentlich mit einem fertigen Hügel. Fertig ist der Hügel zwar noch nicht, aber ich habe mir gedacht, es ist jetzt dann doch mal wieder an der Zeit, dass ich mich melde. Ich habe jetzt wieder ein, zwei Stündchen hier weitergebaut. Ist einiges weitergegangen. Ich habe sogar schon geschafft, hier oben das Ding auf die Endtür zu bringen. Hier geht ja noch insgesamt ein Brick rauf. Die Kirche sitzt ja auf diesen dicken, ja Plates sind es ja nicht. Das sind ja wirkliche Bricks. Nur, dass es eben solche riesigen Teile sind. Und dadurch gewinne ich dann nochmal zusätzlich an Höhe. Das Ding wird dann einfach hier rein versenkt. Und ergibt dann einfach ein schönes Gesamtbild mit dem restlichen Hügel. Das habe ich schon getestet. Sieht bis jetzt ganz in Ordnung aus. Außer, dass diese Kante hier rausguckt zum Beispiel. Da habe ich mich genau um einen Brick verrechnet. Das muss ich jetzt gleich irgendwie verstecken mit ein paar Plates. Hier sieht ihr jetzt auch nochmal, wie ich diese Unterkonstruktion baue. Ich habe jetzt natürlich auch einfach die Steine da, um das wirklich solide von unten zu machen. Also da habe ich jetzt nicht mit Teilen gespart. Ich habe hier diese riesen Dinger. Dann habe ich da richtig lange Bricks, mit denen ich eben hier diese Unterkonstruktion baue. Das Ganze wird mit Flat Hals abgeschlossen. Auch wieder einfach die Farben, die gerade am günstigsten waren, verwende ich da. Ganz einfache Sache. Hinten muss ich noch ein bisschen weiter bauen. Das Ganze mit dem Hügel verschmelzen. Da will ich ein bisschen runter und dann wieder rauf gehen. Aber nicht auf das Endlevel nach ganz unten. Das muss einfach einen schönen, natürlichen Verlauf haben. Und hier vorne kommt dann irgendwann, wenn die Kirche eingebaut ist, noch so eine Treppe hoch zum Marktplatz, wo ich ja eigentlich letzten Endes gerade sitze und baue. Ja, aber das können wir dann erst einbauen, wenn die Kirche drin ist, um das Ganze passend auszurichten. Ich mache weiter, würde ich sagen. Und dann schauen wir einfach mal. Im Moment bin ich wieder sehr, sehr zufrieden mit dem Fortschritt. Wir müssen natürlich gleich auch mal das Ganze dann von der anderen Seite anschauen, wo die Besucherperspektive ist. Damit wäre eigentlich alles vorbereitet. Ich habe jetzt auf der rechten Seite schon begonnen, hier mit den Plates so ein bisschen Struktur reinzubringen. Das sieht direkt viel besser aus, als wenn man nur mit groben Bricks arbeitet. Also den Vergleich dazu haben zwischen der ganzen Hügellandschaft in dem Bereich und dann da, wo ich angefangen habe mit Plates zu arbeiten, ist schon riesig. Das ist jetzt genau die Grundform. Da können wir jetzt gleich die Kirche reinsetzen. Ich werde hier im vorderen Bereich genau das Gleiche noch machen, dass ich das hier mit Plates noch ein bisschen anpasse, dass es einfach schöner ist. Wie gesagt, auf der Seite sieht man das. Ich habe mir noch nicht mal Mühe gegeben. Das sieht schon deutlich besser aus, als wenn es hier einfach nur mit den normalen Bricks ist. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist, dass hier diese klaren Abstufungen sind. Das muss ich deshalb so machen, damit ich das Ding hier eben getrennt voneinander behandeln kann. Jetzt reise ich hier die Hälfte ab, aber das ist natürlich wieder rausnehmbar. Ich habe es übrigens drei Millionen Mal gefühlt überbaut diesmal. Das war ja ganz schlimm. Da habe ich wirklich einiges rückgängig machen müssen diesmal. Das kommt aber raus, dass ich es einfach noch nicht gewöhnt bin, dass ich hier modular baue. Es hat sich aber gelohnt, die Sachen rückgängig zu machen. So und jetzt würde ich sagen, kommt dann der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Die Kirche kommt hier rein. Ich räume jetzt auch direkt mal auf, damit wir das Gesamtbild sehen können. Und damit bin ich dann wieder da. So und da wäre dann eben unsere Kirche eingebaut auf dem Hügel. Das Ganze sieht jetzt natürlich aus dieser Perspektive noch so aus, als ob der Hügel extra dafür gebaut wurde, was ja der Fall ist. Das ist einfach noch so eine Insel, besonders mit dem Light Blue Scream Untergrund, sticht das jetzt sehr stark raus. Das Ganze wird dann besser werden, wenn wir das hier einfach weiter modellieren. Das müsst ihr euch so vorstellen, dass es dann wirklich in eine Landschaft integriert ist und nicht so ein eigener Fleck, wo das Ganze ist. Aber das musste ich insofern machen, damit ich das eben hier abgemessen habe, wie das ist mit dem Ausbau der Kirche. So, jetzt der Blick macht hier hinten rum, damit ihr das seht. Das wäre eine Perspektive, die man als Zuschauer einnehmen kann. Und dann müsst ihr euch vorstellen, wird hier noch die Hügellandschaft ein bisschen erweitert. Das Fachwerkhaus wird sowieso wegkommen. Das heißt, hier hat man dann so einen Blick komplett in so eine weiche Hügellandschaft rein. Das wäre der Plan. Ich werde es als nächstes weitermachen, natürlich noch ein paar Plates zu setzen. Gar keine Frage. Da habe ich hier vorne schon angefangen, aber es muss dann idealerweise irgendwann mal so werden, wie es dahinter ist, beziehungsweise noch ein bisschen besser. Da habe ich ja erst angefangen. Ich möchte jetzt dann als nächstes hier vorne mal den Baum hinsetzen, der auch im alten Layout war. Die Kirche an sich wird auch noch mal renoviert. Das habe ich ja schon angekündigt. Das Ding ist das älteste Mock von mir, was hier drin steht. Möchte ich auch in dem Fall vom Stil her so belassen. Nur ein paar kleine Upgrades kann es erfahren. Flat Tiles mit Brick Modified statt diesen normalen Bricks an der Seite in Light Blue Spray. Also das möchte ich jetzt gar nicht alles besprechen. Das machen wir dann, wenn es soweit ist. Und dann an sich muss die Kirche noch integriert werden und mit dem restlichen Dorf verbunden werden. Das kommt dann aber, sobald das Dorf an sich gebaut wird. Also wir machen mal weiter mit ein bisschen Bepflanzung schon. Ich werde noch nicht die kleinteilige Bepflanzung draufstecken, weil das ist dann ein Teil, der macht erst Sinn, wenn die Hügellandschaft komplett fertig ist. Aber so ein paar Bäumchen möchte ich schauen, wo die hinpassen. Falls ihr euch jetzt fragt, was das soll, dass jetzt auf einmal hier so detaillierte Bäume rumstehen, wo doch alles noch super grob ist, hier teilweise noch graue Baseplates sind. Das mache ich jetzt im Moment nur, um zu schauen, wo ungefähr welche Bäume positioniert werden. Und ich muss auch außerdem sagen, dass mir das einfach saugut gefällt, wenn das hier mit diesen grünen Hügellandschaften überall kombiniert ist mit den Bäumen. Also dieser Baum bleibt auf jeden Fall. Den werde ich wahrscheinlich sogar so drin lassen. Auch wieder hier mit dem Wurzelwerk, was dann eben über die Steigung drüber geht. Das sieht dann recht solide aus, ist dann einfach schön verankert. Und ansonsten bin ich gerade so am Experimentieren, auch um zu planen, wo ich welche Flächen lasse. Es ist ja immer relativ schwierig, auf direkte Steigungen Bäume draufzubauen. In dem Fall konnte ich das gut mit der Wurzel, wie gesagt, übers Eck machen. Aber an sich ist das nicht immer so leicht, dass es gut aussieht. Dementsprechend möchte ich das ein bisschen durchplanen für die weitere Hügellandschaft. Das Ding geht ja dann wirklich bis hier vorne an die Bahngleise dran. Ich werde jetzt nicht hier das flach weiterziehen, weil das wäre dann einfach unnatürlich, wenn alles planiert ist und plötzlich kommen hier so schöne Hügellandschaften. Das muss einen schönen, leichten Übergang geben. Dementsprechend plane ich das gerade schon so ein bisschen im Voraus, wie das dann mit den Bäumen aussieht. Punkt Nummer zwei, die Bepflanzung. Ich habe jetzt wahrscheinlich, also erstmal hier, ich habe eine komplette Tonne von diesem Graszeug da. Das ist bestimmt 2.000, 3.000 Teile. Ich kann das nicht einschätzen, wie viele das sind. Das ist halt so Schüttgut. Habe ich saugünstig bekommen. Jetzt die Idee wäre, dass wir diesmal mit diesem Gras arbeiten und nicht wie das letzte Mal mit diesem bambusartigen Zeug. Ich weiß wieder nicht, wie die Teile heißen. Ich blende euch das mal gerade ein. Damit haben wir ja das letzte Mal den Hügel gestaltet. Ich finde aber tatsächlich, dass hier im ländlichen Bereich vor der Kirche so eine blühende Wiese vielleicht viel, viel besser kommen könnte. Dann könnte man mal schauen, welche Farben man da wie verwendet, ob man das jetzt alles mit blühenden Pflanzen vollkleistert oder da so kleine Flecken reinbaut. Das ist dann aber alles langfristig jetzt erstmal geplant. Und zu guter Letzt werden wir dann relativ bald schon starten, hier die erste Bepflanzung vor allem im Hintergrund einzubauen, weil ich ja den Bereich hier brauche, um da zu sitzen, damit es halbwegs gemütlich ist. Das da hinten rühren wir ja nie wieder im Leben an. Aber ich brauche hier eben diese freie Fläche, um hier zu arbeiten. Das heißt, wir werden uns Stück für Stück von hinten nach vorne durcharbeiten. Das wird dann relativ bald tatsächlich schon passieren. Und da hinten ist das ja nicht ansatzweise so tief. Das heißt, da müssen wir noch nicht das Ganze ausfüllen. Die nächste Geschichte ist, dass es jetzt nächstes Video, glaube ich, in der Westernwelt weitergeht, weil ich nämlich im Moment unlimitiert gefühlt Ideen habe für die Westernwelt. Das heißt, da wird recht viel kommen. Und dann ist der nächste Bricklink-Wabenkorb, der wächst. Insbesondere hier für die Fachwerkhäuser. Ich kann ja mal das Haus nochmal von hinten zeigen. Das musste ich ja unter anderem deshalb damals abbauen, weil, wenn ihr euch noch erinnert, der Platzmangel im alten Layout, da ist der Zug ja hier hinten in das Haus runtergefahren. Das war ja komplett wild. Das war hinten in der einen Stelle, wo der aus dem Berg rausgekommen ist und dann diese Abfahrt nach unten war. Da war ja wirklich absolut gar kein Platz. Dementsprechend muss ich jetzt die Häuser alle mal auffüllen. Und ansonsten, das andere Haus von hinten, könnt ihr ja auch mal sehen, da sind ja diese ganzen Fenster eingebaut. Das ist nicht ansatzweise so, dass es passt. Ich möchte aber diesmal die Häuser wirklich komplett rundherum sauber abschließen. Das bringt mich dann zum letzten Thema für heute und zwar der Kirche. Entweder, das haben wir jetzt zwei Möglichkeiten eigentlich, wir machen das Ding von hinten offen, dann hätte man jetzt die Möglichkeit reinzuschauen von hinten oder wir machen das Dach abnehmbar. Das Problem ist, mit dem Dach ist es nicht ganz so leicht, weil wir natürlich die Uhr haben und das Dach ein bisschen verwinkelt und schräg ist. Das sind jetzt so die Möglichkeiten, die wir hätten. Also, ich glaube, damit hätten wir alles abgearbeitet. Wie gesagt, nächste Folge geht es in der Westernwelt weiter. Es tut mir leid, dass das Video nicht ganz so lang war. Das wird das nächste Mal wahrscheinlich ausnahmsweise auch nochmal der Fall sein. Aber ich glaube, vom Fortschritt her passt das nichtsdestotrotz. Ich kann halt nicht ewig über Hügel erzählen. Das ist einfach so das einzige Thema bei der ganzen Geschichte. In diesem Sinne hätten wir es das Ende dieser Update-Folge erreicht. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, dann macht das doch sehr, sehr gerne, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann sage ich jetzt wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!